Denn der Mensch, auch der in Deutschland, ein Vierteljahrhundert nach Erreichen der Deutschen Einheit, ist und bleibt zur Freiheit berufen. Und die ist kein Selbstläufer, sondern will gepflegt werden. Grüß Gott, er nennt sich immer noch so und er wird noch immer als solcher gefeiert. Der Tag der Deutschen Einheit. Aber ist das, was da der Name verspricht, noch oder überhaupt inhaltlich unterfüttert? Klar, das Land, das lange in zwei Hälften geteilt war, ist seit einigen Jahrzehnten geeint. Deutschland ist nicht mehr getrennt in Bundesrepublik Deutschland und DDR. Das Grundgesetz gilt im ganzen Land. Doch ganz ehrlich, ist eine Teilung nicht längst quer durch alle Gesellschaftsschichten gegeben, produziert worden, zugelassen worden? Haben wir uns nicht längst daran gewöhnt, jeden Andersdenkenden auszugrenzen oder ausgrenzen zu lassen? Wo ist eigentlich die Debatten- und Streitkultur geblieben, die zu einer gelebten und lebendigen Demokratie selbstverständlich dazugehört? Warum haben so viele Verantwortliche eine, ich nenne es mal so, klammheimliche Begeisterung für ein Einheitsdiktat im Denken? Tja, das Wort Einheitsdiktat klingt am Tag der Deutschen Einheit irgendwie seltsam. Anachronistisch, Demokratie reduziert, oder? Es ist nicht gut, dass Politik und Medien, nicht alle, aber doch viele, eine regelrechte Lust am genormten, manche sagen am betreuten Denken haben. Dabei wissen wir doch, dass so etwas am Ende nur Extremes fördert und Ränder links wie rechts anschwellen lässt. Denn der Mensch, auch der in Deutschland, ein Vierteljahrhundert nach Erreichen der Deutschen Einheit, ist und bleibt zur Freiheit berufen und die ist kein Selbstläufer, sondern will gepflegt werden. Siehe oben, es gibt wahrlich viel zu tun, doch jede Mühe lohnt sich am Ende sehr. Auch Einheit braucht Vielfalt. Wer legitime andere Meinungen unterdrückt oder verbieten will, der verrät letztlich viel über sich und seine Angst vor Kritik und Widerspruch. Und am Ende auch viel über seine Angst vor Demokratie und Freiheit. Ihr Martin Lohmann Ein Wort in eigener Sache. Wir können unsere Arbeit ausschließlich nur deshalb machen, weil Sie uns immer wieder spenden. Unsere Arbeit lebt von Spenden, wird durch Spenden finanziert. Es gibt natürlich auch Spendenquittungen. Ich sage allen, die uns helfen, ein herzliches Dankeschön. Im Sinne der Freiheit, der Demokratie, des Lebensrechts, des Lebensschutzes und der Verantwortung. Ihr Martin Lohmann